Was ist das Besondere an Sturm der Liebe, finde ich, ist, wir machen Märchen und alles ist möglich. Und das Besondere an Ella ist, dass sie ihrem Herzen folgt und dass sie sich immer selber treu ist und dass sie die Fähigkeit hat zu träumen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Meine Texte lerne ich morgens um fünf am Frühstückstisch mit einer Tasse Kaffee. Und ich schreibe sie mir meistens nochmal neben dem Original auf, um das mit meiner eigenen Handschrift zu sehen. Und dann geht das. Ich war bisher noch nicht als Besucher in der Filmstadt, aber freue mich darauf, das bald endlich mal zu machen, sobald ich ein bisschen Zeit habe. Ich war bisher noch nicht als Besucher in der Filmstadt.